Diese Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Ja, ruf den, der hinten sitzt, schau, das Benzin geht aus, musst du landen. Wie, was sagst, ruf den Pilat, lass ich alle nicht, wie viel standen. Wie, was hast du, sagst, ruf den hinten, warum landest du nicht sofort? Rett doch, Leute, ruf den vorne, ich bin ein kracher, ich kein Wort. Wie, verstehst du nicht, ruf den hinten, warum machst du nicht, bist du dagegen? Wie, verstehst du nicht, ruf den vorne, musst du mir's wirklich lüter sagen. Wie, was sagst, ruf den so, schau, der Tank ist leer, du fliegst nicht mehr weit. Lass, bei dem, mach das tolles Lärm, ruf den vorne, ich bin kein Rütt. Aber, hör doch, ruf den hinten, Gott frischst, wir haben nicht die Welle. Du, nicht aufgelegt, ruf den vorne, rennt doch lüter, ich bin kein Rütteli. Lass, ruf den, wenn wir jetzt nicht landen, gehen wir ins Tal. Ich höre, gar noch nichts, ruf den, los, dann greift uns doch ein Mal. So hat im Motor ein Lärm, der Pilot hat nicht verstanden. Dass ich mit dem Benzin ausgehen könnte, und dass er sofort landen sollte. Lass mal, wird's plötzlich still, nämlich wird's Benzin ausgeht. Und jetzt, wo man's hat verstanden, hat sie beide nicht mehr gesehen.